Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Kann es sein, dass du schon totmotiviert bist? Diese Frage klären wir in diesem Video. Und ja, ich weiß, wie wichtig Motivation ist, aber es gibt irgendwann einen Punkt, an dem man einfach genügend Motivation erfahren hat, an dem man genügend gelernt hat. Und ich habe bis hierhin ja auch schon viele Motivationsvideos hochgeladen und darin erklärt, wie man sich motivieren kann, wie man sich Ziele setzen kann. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, da ist man einfach totmotiviert. Mir ging es selber so, man hat einfach viele Seminare besucht, viele Lehrgänge mitgemacht, Webinare, man hat Bücher gelesen, hat sich Ziele aufgeschrieben, hat sich viel Gedanken gemacht. Aber das ist alles nur Theorie. Und dementsprechend kommt man an einen Punkt, da gibt es nicht wirklich mehr dazu zu lernen. Da geht es einfach darum, ins Handeln zu kommen. Das, was man gelernt hat, umzusetzen und endlich an der Realisierung seiner Ziele zu arbeiten. Deswegen sage ich, bist du vielleicht schon totmotiviert? Beantworte die Frage mal ganz ehrlich. Wie viele Bücher hast du schon gelesen? Wie viele Seminare hast du schon besucht? Und was hat es dir wirklich gebracht? Denn das Ganze, was du dort an Zeit und Geld investiert hast, bringt dir nur etwas, wenn du jetzt auch die Praxis beginnst, das Ganze umsetzt. Es gibt nicht den heiligen Gral, den goldenen Satz, den dir irgendjemand sagt und dann, ja, jetzt boomt mein Geschäft, jetzt klappt es im Sport, im Hobby oder was auch immer. Es gibt es einfach nicht. Es gibt nicht diese goldene Regel und den tollsten Spruch oder so. Natürlich kann man sich jeden Tag ein paar motivierende Zitate durchlesen oder auch weiter Bücher lesen. Aber die Praxis ist wichtig. Einfach alles umzusetzen, was du gelernt hast. Und deswegen pass auch auf, dass du nicht mehr Seminare besuchst, die einfach nur in der Theorie leben. Die einfach nur sagen, ja, schreib deine Ziele auf, denke jeden Tag daran, visualisiere deine Ziele. Genau, das habe ich auch alles schon in meinen Videos gesagt. Das ist vollkommen richtig. Für Anfänger ist das auch geeignet. Aber es gibt viele Personen, die irgendwo auf dem Mittelweg hängen geblieben sind. Die haben so ziemlich alle Informationen in sich aufgesaugt, die mit Motivation zu tun haben. In der Theorie sind sie die absoluten Meister. Und dann sind sie stecken geblieben, weil sie vergessen haben, in die Praxis überzugehen. Und da muss man sich wirklich mal Gedanken machen, wie man seine Zeit einteilt. Wir alle haben nur begrenzt Zeit am Tag. Und wenn ich daran denke, dass ich dann die meiste Zeit davon verbringe, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen, Hör-CDs im Auto einzuspielen und so weiter. Und ich komme nicht in die Praxis. Stattdessen einfach mal das Telefon in die Hand zu nehmen, den nächsten Kontakt zu machen, anzurufen oder wirklich den Plan in die Tat umzusetzen, also praktisch was zu machen, was auch immer dein Projekt sein mag, deine Ziele, was auch immer die sein mögen. Es muss in die Praxis übergehen. Am besten jetzt, sofort und gleich. Weil du hast schon genug Motivation erfahren. Du bist praktisch totmotiviert. Und das Ganze muss jetzt ein Ende haben, weil du ansonsten niemals reale, vorzackbare Ergebnisse haben wirst. Das wollte ich mit diesem Video erklären. Deine Gedanken dazu würden mich interessieren. Schreib sie mir in die Kommentare unter dieses Video. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.